Auf meinem Kanal bist du richtig, wenn du immer noch nicht mit deiner Dualseele zusammen bist. Du steckst also immer noch in einer On-Off-Beziehung oder in einer Affäre und kommst und kommst nicht weiter. Vielleicht hast du schon die Literatur zu dem Thema Dualseelen gelesen und hast Internetseiten durchforstet. Vielleicht hast du auch schon Dualseelen-Beratungen oder Coachings in Anspruch genommen. Und alles hat dich nicht weitergebracht, um nicht zu sagen, alles hat dich eigentlich nur noch tiefer in die Misere gebracht. Dann steckst du jetzt also wirklich in einer Sackgasse und magst aber das Handtuch nicht werfen, weil eine Stimme in dir ganz deutlich sagt, geh weiter, such weiter. Das kann es nicht gewesen sein. Ihr gehört zusammen, finde den Weg, finde den Fehler, finde den Weg. Also, wenn es dir so ergeht, dann bist du hier auf diesem Kanal richtig. Die ersten Videos folgen dann schon bald. Ich freue mich. Bis bald. Bis bald. Und